Borna Koric geht als einer der heißen Außenseiter-Tipps in das ATP World Tour-500-Turnier in Wien. Milos Rewonik hingegen ist weiterhin auf der Suche nach der Form der früheren Jahre. Der Coach von Borna Koric observierte die Übungseinheit seines Schützlings mit Milos Rewonik und dessen Betreuer Goran Ivani Savic und konnte wohl dennoch nicht jeder sprachlichen Nuance folgen. Amtssprache Kroatisch Wobei Ivani Savic nicht als Plauderer auffällt, das Verständnis mit Rewonik ist entweder blind oder nicht mehr vorhanden. Zweimal hat der Wimbledon-Sieger von 2001 in der Stadthalle reüssiert, zu Zeiten als das Finale noch im Best-of-Five-Modus ausgetragen wurde. 1997 ging Ivani Savic mit Greg Rusetschi über die volle Distanz, vier Jahre davor reichten gegen Thomas Muster vier Sätze. Dass er dem Standort Wien verbunden ist, zeigte der mittlerweile 47-Jährige vor zwei Jahren, als er bei der zweiten Auflage der Thai-Brick-Tänz aufschlug gegen aktive Größen wie Andy Murray, Dominic Thiem oder Jo Willfried Zunga. Koric in Shanghai gegen Federer Makelos als Coach hat sich Goran Ivani Savic bis Dato-Spieler auf Augenhöhe ausgesucht, Marin Cilic, Thomas Berdich, jetzt eben Milos Rewonik. Allesamt Profis, die in der Spieleröffnung ihre Stärken haben, wie eben Ivani Savic in seiner aktiven Zeit auch. Bei Rewonik funktioniert dies nicht mehr auf dem Niveau der letzten Jahre, mehreren Verletzungen geschuldet. Der Asien-Trip war mithin ernüchternd, mit dem Viertelfinal aus in Tokio gegen Daniel Medvedev und der Erstrundenpleite in Shanghai gegen Mackenzie McDonald. Wer die Statistik des Halbfinales von Shanghai vor wenigen Tagen liest, könnte meinen, dass auch Borna Koric ein Raketenaufschläger ist. Keinen einzigen Breakball ließ der ein- und 20-jährige Mann aus Zagreb gegen Roger Federer zu, hatte den Schweizer in zwei glatten Sätzen jederzeit im Griff. Nicht nur mit dem Aufschlag, auch von der Grundlinie aus. Koric ist in Wien an Position 6 gesetzt, er eröffnet gegen Albert Ramos Winoulas. Milos Rewonik in Wien gegen Jürgen Melzer Rewonik wiederum wird Teil der Einzelabschiedsparty von Jürgen Melzer werden, fraglich nur in welcher Rolle. Dass sich die österreichische Legende gegen den Kanadier in Runde 1 durchsetzen wird, bedarf einiger Fantasien, die die Zuschauer aber sicher mit in die Stadthalle bringen werden. Melzer hat bei der Auslosung gemeint, dass er oft die Seite wechseln wird, unverrichteter Dinge, weil er die Aufschläge von Rewonik wohl mehr hören als spielen wird. Gute Nachricht für Melzer, aber auch für Spieler wie Borna Koric, das Geläuf bei den ersten Bonk Open 2018 ist mit jenem aus Goran Ivani Savics Hochzeiten nicht zu vergleichen. 1997 war ein sozialverträglicher Absprung die Ausnahme, heutzutage haben in Wien beinahe alle Spielertypen eine Chance. Koric wohl eher als Rewonik, das vermitteln nicht nur die Trainingseindrücke, sondern auch die Ergebnisse der letzten Wochen. Eine ernstere Wiederauflage der Einheit vom Sonntag, könnte es im Übrigen schon am Freitag geben. Da sind die Viertelfinali in Wien avisiert. Hier das Einzeltableau in Wien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017